Wenn du alles tun könntest, was würdest du tun? Was ich tun würde? Würde es Auswirkungen haben? Keine Auswirkungen. Reden wir hier von jugendfrei oder nicht jugendfrei? Nicht, nicht, dass ich was... Ich will nur wissen, wo meine Grenzen sind. Keine Grenzen. Keine Grenzen. Mal sehen, ich wollte schon immer mal fliegen. Und wenn ich unter Wasser atmen könnte, dann könnte ich Atlantis suchen. Ich wollte das schon als Kind machen. Aber ich schätze, wenn Atlantis nicht existiert, würde ich es kreieren. Und ich würde mich zum König proklamieren. Und es würde mehr Jungfrauen geben. Viele mehr Jungfrauen. Und viele mehr Jungfrauen in einer haremsartigen Situation. Weißt du, was ich tue? Ja, ich schätze, ich weiß, was du tun würdest. Ich würde eine virtuelle Welt kreieren. Voller Schönheit und Möglichkeiten. Und jeder und alles in dieser Welt... ...wäre im Endeffekt eins. Aber sie sollen es nicht wissen. Wieso würdest du das tun? Damit alle bemüht sind und sich anstrengen. Jedes Element in dieser Welt kann die Grenzen überwinden, die sie voneinander trennen. Und sie haben diese unglaublich starke und wichtige Bindung. Man kann sie sich überhaupt nicht vorstellen, weil Leid und Trauer existieren. Es gibt kein brillantes Licht mehr. Danach kommt die totale Dunkelheit. Ich denke, ich bleib bei meinem Meerjungfrauen-Ding. Man kann die Das hast du schonник live. Gut, gut.